Es ist 10 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Reinhard Becker. Guten Tag. Die Lage nach dem Unwetter im Westen Deutschlands ist immer noch angespannt. Im Großraum Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben der Polizei die Anzahl der Toten auf über 110 gestiegen. In NRW sind es nach derzeitigem Stand 45. Badis-Jungblut, WDR aktuell. Was passiert denn heute in den betroffenen Gebieten? An der Steinbachtalsperre wird weiterhin das Wasser abgepumpt, aber offenbar langsamer als vorher gehofft. Deshalb wollen Experten die Sperre jetzt nochmal untersuchen und die Gefahr eines Dammbruchs neu bewerten. Dass bis 15 Uhr eine Entwarnung kommt, gilt inzwischen aber als unwahrscheinlich. In Erftstadt Blessem wollen Fachleute heute überprüfen, wie stabil der Untergrund in dem Ortsteil ist. Dort geht es vor allem um die Abbruchkante des großen Erdrutsches. Wann die Bewohner in Blessem wieder zurück in ihre Häuser können, das ist noch unklar. Außerdem wird heute überprüft, wie der Zustand der A1 zwischen Leverkusen und Wermelskirchen und der A61 ist. Da wird geschaut, ob der Boden noch stabil genug ist. Auf der A61 wurden im Dreieck Erftal fast 100 Meter Lärmschutzwand von den Fluten weggerissen. Unwetter hat es jetzt auch im Süden Deutschlands gegeben. Wie ist die Situation dort? In Bayern und in Südsachsen ist es am Abend und in der Nacht zu Starkregen und Überschwemmungen gekommen. Mindestens ein Mensch kam dadurch ums Leben. Das Berchtesgadener Land hat den Katastrophenfall ausgerufen. 65 Menschen wurden dort in Sicherheit gebracht. Einige Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten. Flüsse traten über die Ufer, Straßen wurden überspült und Hänge rutschten ab. Auch in der sächsischen Schweiz und in Österreich kam es zu schweren Unwettern. In der Nähe von Salzburg wurde ein Dorf überflutet und auch in Tirol und Wien und in Wien war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Danke, Mattis Jungblut, WDR aktuell. Der Bund hat den Opfern der Flutkatastrophe schnelle finanzielle Hilfe versprochen. Laut Bundesfinanzminister Scholz sollen mehr als 300 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt werden. Anna Jonitschek, WDR aktuell. Möglichst unbürokratisch und schnell soll das Geld zu den betroffenen Menschen kommen. Laut Bild am Sonntag soll dem Bundeskabinett schon am Mittwoch der Plan für die Soforthilfen vorliegen. Noch im Juli soll das erste Geld fließen. Zusätzlich zu den Soforthilfen will Scholz dem Kabinett auch ein Aufbauprogramm für die Infrastruktur vorlegen, damit auch die zerstörten Häuser, Straßen und Brücken repariert oder gar komplett neu gebaut werden können. Hier sollen die Planverfahren wegfallen, damit es tatsächlich auch schnell gehen kann. In Rheinland-Pfalz will sich Bundeskanzlerin Merkel heute nach ihrer Rückkehr aus den USA ein Bild von der Lage machen. Sie fährt zusammen mit Ministerpräsidentin Dreyer in die Hochwassergebiete. Unter anderem ist ein Besuch im Dorf Schuld an der Ahr geplant, wo mehrere Häuser eingestürzt waren. Weitere Meldungen im Überblick. Vor den Olympischen Spielen in Tokio gibt es einen weiteren Corona-Fall. Ein ehemaliger Tischtennisspieler aus Südkorea, der jetzt Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ist, wurde positiv getestet. Vorher waren schon drei Corona-Fälle im Olympischen Dorf bestätigt worden. Die Sommerspiele in Tokio beginnen am Freitag. Das Horrordrama Titan hat die goldene Palme beim Filmfestival in Cannes gewonnen. Jurypräsident Spike Lee gab den Sieger versehentlich direkt zu Beginn der Abschlussgala bekannt. Die französische Moderatorin hatte leicht missverständlich nach dem ersten Preis des Abends gefragt. Lee dachte, es sei der Hauptpreis gemeint. Das war's. 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 Das war's.